Maestro Claudio, einst in den Tiefen des Bergbaus vergraben, erkannte rasch, dass diese Welt nicht die seine war. So wandte er sich ohne Zögern der Welt der Erotik zu. Heute steht der Mann, ein Amerikaner mit italienischen Wurzeln, als Experte für Erwachsenenunterhaltung da. Dabei war sein beruflicher Werdegang keineswegs von Anfang an von Leidenschaft und Sinnlichkeit geprägt. Ursprünglich hatte Claudio Bergbau Ingenieurwesen an der Universität Triest studiert. Doch selbst in diesen Jahren spürte er bereits, dass da draußen etwas war, das auf ihn wartete, etwas, das mir seiner inneren Sehnsucht entsprach. Die Erkenntnis, dass der Bergbau nicht seine Bestimmung war, brachte ihn dazu, eine radikale Wende in seiner Karriere einzuleiten. Ich habe mich für Ingenieurwissenschaften entschieden, weil ich dachte, es sei der anspruchsvollste Studiengang, den man wählen kann. Aber das war nie meine wahre Leidenschaft, gestand er dem Delhi-Star. In Wahrheit schlug Claudios Herz für die Welt der Kreativität und des Ausdrucks auf der Leinwand. Mit unerschütterlicher Begeisterung folgte er seinem Traum und fand schließlich im Pornobusiness seinen Platz. Der Weg führte ihn nach Kalifornien, wo er seinen Traum in die Realität umsetzte. Als Regisseur, Produzent. Autor und Darsteller von Erotikfilmen arbeitet er heute und besitzt sogar sein eigenes Filmstudio, ein Zeichen seiner finanziellen Unabhängigkeit. Im Leben sollte man immer einen Plan B haben, betont der Italiener. Seine Neuausrichtung im Berufsfeld erfüllt ihn mit Stolz und er reflektiert. Eine solide Ausbildung erlaubt es einem, über das Gewöhnliche hinaus zu wachsen. Ich traf die Entscheidung, meinen Abschluss zu verfolgen, um meine Familie zufriedenzustellen und gleichzeitig meine wahre Berufung zu finden. Jemals an meiner Zukunft zu zweifeln, erklärt Claudio.